Also ich glaube, das ist manchmal da, oder das ist zumindest mein Gefühl, dass es nicht so im Bewusstsein ist in dem Moment. Aber man merkt es dann schon in den geburtshilflichen Situationen. Also wir haben schon seit Längerem eine Höhe Kaiserschnittrate in Deutschland. Aber dass so dieses Zutrauen in Geburt oder Zutrauen in diesen Prozess, da gut reinzugehen und da gut durchzukommen, mit Sicherheit schwieriger ist. Ich glaube mittlerweile sehr fest daran, dass alles einen Sinn oder dass auch das Leben, das dem Kind geschenkt wird, einen Sinn hat. Also dass es eine Aufgabe hat. Liebe Community, wir würden gerne dieses Video auf dieser Plattform zeigen. Aber hier wird gesperrt und zensiert. Deswegen geht doch einfach unten auf die Infobox. Dort findet ihr den direkten Link und dort könnt ihr das Video kostenfrei sehen. Wir möchten euch auch bitten, lasst doch ein Abo da, auch hier bei YouTube, auch auf unserem anderen Kanal, den wir neu eingerichtet haben, 100 Ärzte. So wird die Community größer. Und abonniert bitte auch unseren Newsletter. Alle die, die uns unterstützen, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt gerade dabei, den Film auch auf Englisch zu übersetzen. Dafür gehen wir in ein neues Crowdfunding. Ich hoffe, wir bekommen genauso viel Unterstützung. Denn dieser Film ist nicht nur wichtig, in Deutschland viral zu gehen, sondern weltweit. Vielen Dank. Euer Kai Stuhl.